So, die nächsten Lutschereien. Es kommen zweimal fünf Frauen hier, wie immer. So, nicht mal die zwei Standardfrauen vorne und hinten. Oh nein. Echt super. Schon mittendrin hier. Aber nichts verpasst. Nach den Magic-Spielen kommen direkt die nächsten Bombenspiele. Ich frage mich, wo hier Prozente irgendwo drin sein sollen. Oh nein, da passiert ja überhaupt nichts mehr. Nein. Komm. Ach. Ach. Kann es noch zufrieden sein, wenn überhaupt so gekommen ist hier. Naja. So, gucken wir uns mal den Koffer von Magic an. Ah. Eieieiei. Wie ist das lächerlich? Wie 24 Spiele, Alter. Wie ist das? Aber we sind hier zufrieden. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Dann laufen wir noch mal dort. Das ist ebenso. Wie ist das? 24 Spiele Middelmaschler. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ich bin wieder weg. Gucken wir uns das machen hier auf zwei Mücken ein. Ui, 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 ui. Kommen wir uns das machen hier. Ja... Da kommen wir wenigstens 1-2 Verlängerungen rein. Da kommen wir wenigstens an. Da kommen wir wenigstens an. Da kommen wir wenigstens an. Noch eine schnelle hinterher. 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 Tja, absoluter Dreck, da wird sich noch nichts dran ändern. So, gucken wir mal auf 1 Euro, was hier noch so passiert. Guter Start. Das sieht aber wieder mehr danach aus, dass du hier wahrscheinlich noch wieder über die Scattergirl kriegst. Toll. Komm, man macht doch noch eine Vellingen-Arm hier. Na ja.